Meine Aufgabe war es auf dieser Baustelle Parkplatzmarkierungen zu machen und dafür habe ich erstmal die Pflastersteine vom Moos entfernt und dann abgedampft. Dann habe ich von Jäger die 2K Industrie Markierspraydose genommen, den Härter aufgeschnitten und gut durchgeschüttelt und dann mit dem Spraymarkierer von Jägerlacke das Ganze mit den Schablonen aufgesprüht. Und das Endergebnis ist richtig cool geworden. Die Parkplatzbreite habe ich 2,70 Meter gemacht und die Schablonen habe ich zwei bis dreimal danach angesetzt. Und nach 18 Stunden können die Autos auch voll belastbar drauf fahren und das ist das Ergebnis.